hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier von mir aus der hafenstadt im osten englands in wispy und von hier aus hat james cooke all seine fahrten unternommen und hier wurde er zu einem richtigen seemann ausgebildet und in scarborough ganz in der nähe wurde er geboren also eine bedeutende stadt mit einer bedeutenden abbey aus dem 13 14 jahrhundert und ich zeige euch wispy und außerdem haben wir noch einen tollen campingplatz erwischt hier direkt an der steilküste hier werden wir über nacht bleiben und bevor ich mehr quatsche lasst uns runtergehen lasst uns wispy ansehen aber zuvor harry potter fällt aus tut mir leid aber durch meine op konnte nichts online vorgebucht werden und dadurch sind jetzt juli august ausverkauft und im september sind wir nicht mehr hier also das nur kurz zur info und bevor ich noch weiter quatsche wir gucken uns jetzt wispy an ich nehme euch mit und vergesst nicht vergesst nicht ein abo zu hinterlassen auch bei mir sind abos kostenlos das kostet überhaupt gar nichts und tut auch nicht weh und wenn ihr die nächsten videos nicht verpassen wollt dann empfehle ich euch das also auf geht's kommt mit ich frühstücke und ihr schaut euch jetzt den film in ruhe an ein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018